Alles Gute, Ungelogen, Cenk Eschen für Bilandia. Wenn ihr herausfinden wollt, ob ich das wirklich geschrieben habe, dann müsst ihr mal Reaktion mitmachen. Viel Glück. Verschenktes, Vererbtes, Zitiertes. Nee, es wäre komisch gewesen. Es sollte erst heißen, ich weiß, dass du lügst. Dann wäre es komisch. Deswegen haben wir auch den Titel gerne was nicht verschenken als sonst. Schenkt es nicht eurer Freundin, schenkt es nicht euren Lebenspartner, Freund. Das könnte ein Schluss nach hinten werden. Und schenkt es auch keinem, der damit ein perfekter Lügner werden kann. Das geht nämlich auch. Das müsst ihr inzwischen in zwei Jahren reden. Zuerst müsst ihr jetzt natürlich in Oberschneiden. Ja. 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 Vielen Dank.